1, 2, 3, 4, 5, heute gibt es wieder 5 Sticker-Dietro und damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Let's Collect der Top Surrey für Euro 2024er Sticker-Serie. Hier wieder 30 Sticker, hoffentlich können wir heute ein paar mehr einkleben als in der letzten Folge. Die letzte Folge ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir starten hier mit Türkei, haben wir Florian Molitor-Jack Grealish, England, Gruppe C Bosnia ist Gruppe E, Tschechien ist Gruppe, wo sind die Tschechen wieder drin? Tschechien ist auch ganz hinten, ja, Rumänien und Slowenien, reimt sich, Rumänien und Slowenien, Rumänien ist aber nicht die Gruppe C, sondern Rumänien, 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 diese Gruppe E, wunderbar. So, weiter geht's mit der Dani Olmo, Griechenland, Schottland, Türkei, Israel und Frankreich. Ich habe es ja in der letzten Folge schon angedeutet, ich werde noch diese Folge machen und wahrscheinlich noch eine Folge und dann werde ich eine Strichliste haben, sodass wir auf die Strichliste gucken und hinten drauf gucken, habe ich Slowakei 1 schon? Nein, ja, kann ich direkt weglegen, kann ich direkt auf den doppelten Stapel legen etc. Dann geht's einfach schneller, strukturierter und geiler. Ja, so, die Schweiz, Portugal, Jeremy Doku habe ich glaube ich noch nicht, würde ich jetzt behaupten. Österreich D und Belgien war dahinter E. Weil das Heft ist ja schon sehr, sehr gut voll. Die Orgien-Logo habe ich glaube ich schon, gucke ich aber, ja, noch trotzdem zur Sicherheit nochmal nach. Slowenien und Slowakei. So, dann haben wir Granitjaka, Glückwunsch zum Double. Tschechien, Rumänien war ich hier, ne, BE, ja. Und Wales, Finnland. Ich bin gerade lost. Ah ja, Gruppe D. Ja, moin. So. Die kommen hier aber mal nach vorne. So. Wir können das direkt sortieren. Schauen wir mal, ich bin sehr gespannt. Kriegen wir heute ein paar Sticker, die wir einkleben können? Ja, nein, Thomas Müller ist es schon mal nicht. Schweiz. Also hier habe ich eh alles komplett. Kann ich mir direkt merken, dass ich Gruppe A gar keinen mehr brauche. So, hier hatte ich keinen. Schottland. Jawohl. London Dykes Schottland 20. Das heißt, es fehlt nur noch das schottische Logo. Es fehlt nur noch das schottische Logo. Das ist sehr, sehr strong. Dann haben wir hier Ungarn mit der 14. Jawohl, Daniel Gazdag. Na, läuft es heute doch gut, oder was? Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Natürlich würde ich mich auch drüber freuen, über eure Däumchen hier. Also, lass mal kostenlos einen Daumen nach oben. Da, auf ganz entspannter Basis. Gavi, leider doppelt. Der Hund. So. Croatia, 8 Sosa, doppelt. Jamaika, auch doppelt, ja. Lümmel. Hatte ich hier Spanien schon. Ja, Spanien, 8 Sosa, Dani Olmo. Dann auch weg. Hätte ich mal nichts gesagt. Slowenien, komm, gönn bitte. 10. Und die 11 fehlt. Und die 5, ist auch doppelt. England, 19 Jack, klebt schon. Der Jaggle, die Jaggle, klebt schon. Hier sind sie auch. Ach, Mann, ey. Österreich, 7, bitte. Österreich im Vene, du. Lümmel, kann mal Wingard reizen. Wo ist er? Da. Rumänien. Habe ich Belgien auch hier. Ja. Jeremy Doku. Ich dachte, den habe ich noch nicht. Und der klebt schon. Er klebt schon. Slowakei klebt auch schon. Und 8, der Slowakei klebt auch schon. 5, klebt auch schon. 11, klebt auch schon. Das kann doch nicht wahr sein hier. Bosnia-Herzegovnia ist voll. Ja, dat is prima. Viva Colonia. La lila, la la la. La lila, la la la. Na ni, na ni, na nu, na 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 na. Das ist sehr schön. Bitte gönn weiter. 7, jawohl. Eren El Mali aus der Türkei. Eren El Mali aus der Türkei. Klebt. Habe ich nicht noch jemanden? Ja, Salih Öcan. Salih Öcan. Macht mir aber einen Strich durch die Rechnung. Und auch das Logo macht mir einen Strich durch die Rechnung. Georgien macht mir auch einen Strich durch die Rechnung. Ich muss kurz nochmal nach vorne, weil hier klebt. Ja, leider schon Gonzalo Ramos im Heft. Jetzt muss ich gucken. Zweimal Tschechien, Griechenland, Israel. Griechenland. Doppelt. Portugal richtig nix. Tschechien mit der 18 und mit der 5 und beide sind schon im Heft. Der letzte Ding, der kommt aus Israel. Israel. Und hier müssen wir nochmal zurück, weil Israel... Israel... Wo ist Israel? Israel, wo seid ihr? Wo kommt Israel hin? Habe ich hier wieder irgendwas falsch gemocht, oder? Israel mit der 68. Hier ist es... Ja, perfekt. Israel ist komplett. Das war's. Das war's komplett, Leute. Das... Nee, ich mach noch eins. Ich mach noch eins und wir kriegen einen blauen Österreich. Blue Austria. Sehr geil. Klebe ich nicht ein. Huch. Gelsenkirchen. Ist es das Stadion, was mir noch fehlt? Wodka, Ungarn. Bitte, 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 bitte. Ja, Wodka, Junge. Das Extra-Pack. Ich hab's gewusst. Es lohnt sich. Das heißt, es fehlen nur noch zwei Sticker aus Ungarn. Hier, der Käpt'n und die 19. Sagen wir hier, Tschechien ist ganz hinten. Tschechien, Tschechien, Tschechien. Leute, das Extra-Pack. Ich bin einfach... Ne? Ne Maschine. Ich sag's, wie das... Der... Tops-Gott. Jetzt wollte ich fast sagen, der Panini-Gott. Aber es ist ja ein Tops-Heft. Ein Tops-Heftchen. War hier Polen in der letzten Gruppe? Ne, ne? So, Albanien und Dings fehlt. Albanien ist 26 und Polen ist... 48. So, was haben wir hier? 13. Leider klebt da schon der Aslani. Und Polen, Lewandowski und Milik? Glaube ich, hab ich auch schon. Ja, Polen ist hier leider komplett. Bis auf das Logo. Aber, ja. Trotzdem... Konnte ich mit dem Extra-Pack nochmal zwei Sticker einkleben. Besser als gar nichts. Hast du ein Like, ein Abo. Ich denk mal, wir machen noch eine Folge. Und dann hab ich die Checklist am Start. Und dann mal gucken, wie es so läuft. Und, ähm... Genau. Aber wir können ja trotzdem pro Folge ein Pastel hier einkleben. Und wie sagt man so schön? Klein, viel macht auch Mist. Sag mir das so. Hast ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. 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 Tschüssi.